180 Kilo sind auf der Handel, Ständerhöhe 7, Ständerhöhe 7 bitte. Jetzt ist es bereit, 180 Kilo für Tom Lorenz aus Deutschland. Dritter Versuch. Ausrollen. Start! Nice! Ja! Danke! Nein, er bekommt rot, weil er eine Abwärtsbewegung hatte. Und der Hintern war oben, ja. Er ist weg, er ist ab und es ist not allowed. 172,5 also für Tom Lorenz in der Wettung. Ganz her, die 2.5 für Tom Lorenz.